Wir leben in der bestmöglichen aller Welten, zumindest wenn man sich deterministische endliche Automaten anschaut. Der reduzierte, vereinfachte Automat, den wir konstruiert haben, ist der kleinstmögliche Automat, der eine bestimmte Sprache akzeptiert. Der minimale Automat von Myhill und Neerode ist ebenfalls der kleinstmögliche Automat, der eine Sprache akzeptiert. Und beide Automaten sind im Prinzip genau gleich. Und jeder andere kleinstmögliche Automat, der eine Sprache akzeptiert, wird ebenfalls genau gleich sein zu diesen beiden. Zumindest solange wir uns auf deterministische Automaten beschränken, sobald nicht deterministisch muss ins Spiel kommt, wird alles viel komplizierter und viel interessanter, aber vielleicht weniger schön. Wir sprechen ein letztes Mal über minimale Automaten und speziell über ihre Eindeutigkeit. Mein Name ist Markus Krötsch, TU Dresden. Das sind die Vorlesungen zum Thema formale Sprachen und Automaten, wie Sie natürlich wissen. Wir hatten beim letzten Mal bereits einiges herausgefunden über diesen besonderen Automaten von Myhill und Neerode. Hier habe ich es nochmal zusammengefasst. Vier wichtige Erkenntnisse. Der Automat, Sie erinnern sich, wurde konstruiert aus einer gegebenen Sprache. Ohne jegliche Kenntnis eines Automaten konnten wir eine Konstruktion angeben, um operativ, sozusagen operational, sollte ich besser sagen, Wörter der Sprache zu erkennen. Mit einem einfachen Algorithmus, den der Automat ja letztlich darstellt. Wir haben festgestellt, dass der Automat ein Automat ist, also er wohldefiniert ist und endlich viele Zustände hat. Wir haben festgestellt, dass er die richtige Sprache akzeptiert. Wir haben festgestellt, dass alle seine Zustände erreichbar sind und nicht nur das, sie sind von einer besonderen Form in ihrer Erreichbarkeit. Da die Zustände ja selbst Äquivalenzen von Wörtern waren, Äquivalenzklassen von Wörtern waren, kann man tatsächlich erkennen, dass der Startzustand, der die Äquivalenzklasse von Epsilon ist, wenn man von dort aus ein bestimmtes Wort W einliest, immer den Zustand erreicht, der durch diesen Repräsentanten W, durch dieses Wort gekennzeichnet ist, also die entsprechende Äquivalenzklasse, was ja auch sehr schön ist. Und wir haben festgestellt, dass die Präfix-Äquivalenz-Relation, die wir für beliebige Automaten definiert haben, wenn man sie für diesen speziellen Automaten betrachtet, genau gleich ist mit der Nerode-Rechtskonkurrenz. Beides sind Relationen über Wörtern, das heißt, hier spielt es auch keine Rolle, wie die Zustände heißen. Diese Relationen sind gleich. Okay, soweit waren wir gekommen und jetzt wollen wir dazu übergehen, noch den letzten Schritt zu machen und die Eindeutigkeit dieser Konstruktion zu zeigen. Aber Eindeutigkeit, naja, das würde ja heißen, es gibt nur einen einzigen Automaten, der eine Sprache erkennt und minimal ist. Und ganz so einfach ist es ja schon nicht, denn Automaten können wir beliebig verändern, ohne dass wir ihre Sprache verändern, indem wir einfach die Zustände umbenennen. Und das meinen wir natürlich nicht, wenn wir sagen, es gibt nur einen Automaten, dann meinen wir, es gibt nur einen, bis auf Umbenennung von Zuständen, die ja keine Rolle spielen. Um das mathematisch zu fassen, müssen wir ein Konzept einführen. Ich hatte es vorher schon mal angesprochen. Das ist das Konzept des Isomorphismus. Isomorph nennen wir in der Mathematik häufig Dinge, wenn sie sich im Prinzip strukturell genau gleichen, bis auf Umbenennung von Elementen. Und bei uns sind diese Elemente eben die Zustände und das ist genau das, was ich fassen möchte. Was bedeutet das formal? Ein Isomorphismus zwischen zwei endlichen deterministischen Automaten, die ich hier als M1 und M2 bezeichne und ich werde auch alle Bestimmungsstücke mit den entsprechenden Zahlen kennzeichnen. Also wir haben hier Q1, Groß-Q1 für die Zustandsmenge, Delta-1 für die Übergangsfunktion, Klein-Q1 für den Startzustand und F1 für die Endzustände. Und das gleiche mit 2 für den zweiten. Und ein Isomorphismus zwischen diesen beiden ist eine objektive, eine eineindeutige Funktion F, von den Zuständen des ersten zu den Zuständen des zweiten. Dass ich diese Funktion von 1 nach 2 zeichne, ist natürlich relativ egal, es ist ziemlich beliebig. Es ist eine objektive Funktion, sie ist umkehrbar, man hat auch eine Umkehrfunktion und wie man leicht sehen kann, erfüllt die Umkehrfunktion genau die gleichen Anforderungen. Insofern ist es völlig egal, in welcher Richtung wir das schreiben, nur in irgendeiner Richtung müssen wir es schreiben, wenn es eine Funktion sein soll. Okay, also wir haben eine Bijektion zwischen den Zuständen. Da das zwei endliche Mengen sind, wissen wir schon mal, dass sie auch genau gleich groß sind. Ja, man kann zwischen zwei endlichen Mengen nur dann eine Bijektion finden, wenn sie die gleiche Größe haben. Bei unendlichen Mengen ist das im Prinzip auch so, aber da haben wir deutlich mehr Spielraum in diesen Dingen. Okay, also endliche Mengen, Bijektion, genau gleich groß. Wir fordern weiterhin, dass die Abbildung, diese Bijektion mit allen wichtigen Dingen, die einen Automaten so ausmachen, verträglich ist. Das bedeutet, der Anfangszustand des ersten Automaten wird zum Anfangszustand des zweiten abgebildet, auf den abgebildet. Ebenso muss sie verträglich sein mit der Nachfolgerrelation. Was bedeutet das? Das bedeutet, hier sehen Sie im ersten Ausdruck, das ist für einen Zustand Q und ein Zeichen A der Nachfolger im ersten Automaten von Q über A. Also der Zustand, den wir von Q aus über A erreichen und wir schauen uns dessen Bild an. Und das soll gleich sein dem Bild eines Zustandes im zweiten Automaten, wenn man dort das Zeichen A ebenfalls einliest. Mit anderen Worten, das Bild des Nachfolgers ist gleich der Nachfolger des Bildes. Es ist egal, ob ich zunächst mit dem Pfeil im Automaten einen Übergang vollführe und anschließend zum zweiten Automaten hin wechsle oder ob ich zunächst zum zweiten Automaten wechsle und dann dort den Übergang durchführe mit dem gleichen Zeichen. Ich werde in jedem Fall am gleichen Ort rauskommen. Das meinen wir hier mit Verträglichkeit. Und die dritte Eigenschaft ist, dass auch die Endzustände kompatibel sind. Das heißt, die Mengen, die die Endzustände des zweiten Automaten, die Menge all dieser Endzustände, ist genau die Menge der Bilder der Endzustände des ersten. Das heißt, auch hier gibt es eine Biektion zwischen den Mengen F1 und F2 oder wir könnten sagen, die Biektion F beschränkt sich auf eine Biektion zwischen F1 und F2. Okay. Falls es eine solche Abbildung gibt zwischen zwei Automaten, dann nennen wir die Automaten Isomorph. Und es ist ja mit einiger Überlegung zumindest vielleicht nachzuvollziehen, dass immer dann, wenn es überhaupt so eine Abbildung gibt, die wirklich nichts weiter ist als eine Umbenennung von Zuständen. Wir können uns die Funktion F wirklich vorstellen als eine Änderung der Namen, wobei alles andere, alle Pfeile und Markierungen, die wir im Diagramm zeichnen würden, genau gleich bleiben müssen. Ich bemerke vielleicht noch am Rande, dass die Definition auch leicht asymmetrisch erscheinen mag, eben weil ich von 1 nach 2 abbilde und jeweils die Eigenschaft angebe, dass die Abbildung eine Eigenschaft des ersten Automaten im zweiten erhält. Das heißt, was ich hier eigentlich definiere, ist ein Homomorphismus, wie man in der Mathematik sagen würde. Aber ein bijektiver Homomorphismus zwischen endlichen Strukturen ist in aller Regel auch ein Isomorphismus und so in diesem Fall. Okay. Also, wenn Sie mathematisch bewegt sind und algebraische Bezüge schätzen, dann können Sie sehen, dass ich hier einen bijektiven Homomorphismus definiert habe und das ist eben hier gerade ein Iso. Alles klar. Gut. Da wir intuitiv sehen, dass das nichts weiter ist als eine Umbenennung, ist auch klar, dass zwei Isomorpha-Automaten immer die gleiche Sprache akzeptieren. Denn die Namen der Zustände spielen dabei natürlich keine Rolle. Jetzt möchte ich zeigen, dass der Minimalautomat wirklich eindeutig ist. Satz, ist L eine reguläre Sprache, M ein deterministischer endlicher Automat mit totaler Übergangsfunktion und die Sprache dieses Automaten ist gleich L. So ist der reduzierte Automat MR, das, was ich also als M konstruiere, und der Myhill-Nerode-Minimalautomat ML-Isomorph. Diese beiden Automaten sind Isomorph nach der Definition, die wir gerade gesehen haben. Das wollen wir zeigen. Okay. Zur Erinnerung sollten wir uns erstmal überlegen, was das eigentlich für zwei Automaten waren. Ich habe sie hier aufgeschrieben. Ich muss sie irgendwie benennen, damit ich mit ihnen arbeiten kann. Der Myhill-Nerode-Automat bekommt von mir die einfachen Symbole Q, Sigma, Delta, Q und F. Der reduzierte Automat bekommt von mir ein kleines R zu allem dazugestellt. Wir haben Q, R, Sigma bleibt natürlich gleich, Delta, R, Q, R und F, R. Das sind die Teile des reduzierten Automaten. Das sind jetzt erstmal zwei verschiedene Automaten. Wir gehen erstmal davon aus, wir wissen noch nichts über sie und wir wollen zeigen, dass sie tatsächlich Isomorph sind. Die beiden gelben Kästchen zeigen uns, was ungefähr dahinter stand, also wie diese Automaten definiert waren. Der Myhill-Nerode-Automat war der Automat, dessen Zustände genau diese Myhill-Nerode-Konkurrenzklassen oder Äquivalenzklassen sind. Das war übrigens auch eine Frage, die an einer Stelle mal gestellt wurde. Warum sage ich manchmal Konkurrenzklasse, manchmal Äquivalenzklasse? Konkurrenzklassen sind einfach die Äquivalenzklassen von einer Konkurrenzrelation. Und ich verwende das also vertauschbar, wenn ich es in dem Zusammenhang mit dieser Konkurrenz hier so sage. Okay, also das waren gerade diese Konkurrenzklassen und alles andere war relativ kanonisch. Das leere Wort gibt uns den Repräsentanten für den Startzustand, die Wörter der Sprache geben uns die Repräsentanten für die Endzustände und die Übergangsfunktion ist einfach dadurch gegeben, dass wir an den Repräsentanten einer Klasse noch das zusätzliche Symbol, mit dem wir den Übergang realisieren wollen, anhängen und schauen, welche Klasse wir danach haben. Das war Myhill-Nerode. Der Reduktionsautomat ist ein bisschen aufwendiger. Da entfernen wir zunächst unerreichbare Zustände und berechnen dann einen Quotienten aus diesem Automaten mithilfe dieser Äquivalenzrelation unter den Automaten zustellen. Das war MR. Okay, wir wissen aber auch, dass das, was Sie hier zeigen wollen, letztlich bedeutet, dass die Struktur von MR nicht davon abhängt, wie M vorher ausgesehen hat. MR soll ja, wenn MR wirklich isomorph ist zu ML, dann bedeutet das MR wird immer gleich aussehen, unabhängig davon, wie M vorher aussah und unabhängig davon, wie kompliziert diese Quotientenberechnung zum Beispiel ausgefallen ist. Und das gibt uns schon mal Hoffnung, dass der Beweis jetzt auch nicht allzu kompliziert wird, da wir im Beweis vielleicht gar nicht wissen müssen, wie M genau ausgesehen hat, sondern das großteils vernachlässigen können. Davon hängt nämlich letztlich nichts ab. Okay, das sind also die beiden Automaten und wir möchten jetzt zeigen, dass die Isomorph sind. Was genau das bedeutet, habe ich gerade mathematisch definiert und insbesondere gesagt, ein Isomorph bedeutet, es gibt einen Isomorphismus. Ein Isomorphismus ist eine Funktion von den Zuständen des einen zu den Zuständen des anderen. Das heißt, wenn wir jetzt behaupten, dass die beiden Isomorph sind, dann wäre die direkteste Art, das zu zeigen, dass wir mal so eine Funktion angeben. Wir müssen also jetzt herausfinden, welche Zustände des einen Automaten zu welchen Zuständen des anderen gehören. Und das sollte eine biaktive Abbildung sein. Ob sie biaktiv ist und ob das funktioniert, können wir als nächstes prüfen. Aber wir können zumindest mal einen Tipp abgeben, wie diese Abbildung aussehen könnte. Naja, eigentlich kann man das fast völlig generisch machen. Wenn ich zwei Automaten habe, die irgendwie gegeben sind. Es muss nicht mal so sein wie hier, dass ich einen durch MyHelny Road oder durch Reduktion oder durch irgendwas kriege. Ich habe einfach irgendwelche zwei Automaten und ich möchte zeigen, dass die Isomorph sind. Wie finde ich heraus, welcher Zustand des einen Automaten zu welchem Zustand des anderen gehört? Was wäre da eine plausible Abbildung? Und das ist natürlich klar, wenn sie wirklich Isomorph sind, dann ist diese Abbildung eigentlich auch klar. Denn das sind ja deterministische Automaten. Das heißt also, jeder Zustand, wenn er durch ein bestimmtes Wort erreicht werden kann, dann ist das genau der Zustand, den man mit diesem Wort erreicht. Man kann mit einem gegebenen Eingabewort immer nur genau einen Zustand erreichen. Und das heißt, wenn ich zwei Automaten habe, die die Isomorph sein sollte und ich gebe denen den gleichen Input, dann werde ich in beiden Automaten zu irgendeinem Zustand gelangen. Und diese Zustände, die ich dann erreiche mit einem Wort, müssen natürlich Zustände sein, die in dieser Bjektion, in diesem Isomorphismus aufeinander abgebildet werden. Anders kann es gar nicht sein. Also insbesondere, wenn ich einen leeren Input gebe, Epsilon, die Stadtzustände müssen auf die Stadtzustände abgebildet, auf sich selbst abgebildet werden. Stadtzustand wird Stadtzustand. Aber auch wenn ich jetzt einen Schritt mit A oder B oder wie auch immer reingehe, muss auch das Ergebnis davon dann auf beiden Seiten jeweils in Beziehung stehen. Das heißt also, die Bjektion ist letztlich nichts weiter als die Beziehung zwischen Zuständen, die ich bekomme, wenn ich für jedes Wort mir anschaue, wo lande ich mit diesem Wort und dann die entsprechenden Zustände, die ich dadurch erhalte, das Zustandspaar als Eingabe und Ausgabe dieses Isomorphismus definiere. Also als das, den einen Zustand als Bild des anderen festlege. Okay. Das ist die Idee. Das muss immer gehen, wenn die wirklich isomorph sind. Jetzt könnte es natürlich sein, das haben wir ja noch nicht bewiesen, die sind nicht isomorph, dann wäre es natürlich denkbar, dass man in dem einen Automaten mit einem, mit mehreren Wörtern immer wieder zum gleichen Zustand kommt, aber in einem anderen Automaten immer bei anderen Wörtern raus, Zuständen rauskommt, dann würde man auf die Art gar keine richtige Abbildung konstruieren können. Also, aber die Grundidee ist, wenn die Behauptung stimmt, dann kann man eine Abbildung finden, indem man einfach mit den, die Zustände darüber identifiziert, welche Wörter man nehmen kann, um zu ihnen hinzugelangen oder in welchen Eingaben man sie erreicht. Und genau das wollen wir jetzt machen. Das geht mit ziemlich wenig Schreibarbeit. Ich definiere eine Funktion f von qr nach q wie folgt. Also ich gehe hier von der rechten Seite zur linken. Wie gesagt, für den Isomorphismus ist das egal, aber für Definitionen wird es ein bisschen bequemer so rum. Indem ich sage, für einen beliebigen Zustand q im reduzierten Automaten suche ich jetzt ein Bild für diese Funktion f. Woher bekomme ich das Bild? Ich wähle mir ein Wort w, mit dem man diesen Zustand erreichen kann. Kann man sich kurz überlegen, geht das? Kann man jeden Zustand mit irgendeinem Wort erreichen? Natürlich, sonst wäre er im reduzierten Automaten nicht vorhanden. Wir haben die unerreichbaren Zustände ja alle gelöscht. Das heißt also, irgendein Wort muss es geben, mit dem man den Zustand erreicht. Und wir definieren jetzt einfach, dass das Bild der Funktion f auf q die Äquivalenzklasse ist für dieses Wort. Und wir wissen natürlich, die Äquivalenzklasse hier ist genau der Zustand, den man im Michael-Ni-Road-Automaten erreichen würde, wenn man vom Startzustand y aus das gleiche Wort einliest. Das heißt also, das ist genau die Idee, die ich Ihnen gerade versucht habe zu erklären. Okay, so möchte ich es definieren. Und wie ich schon gesagt habe, das könnte jetzt schief gehen, wenn man das so definiert. Wähle irgendein Wort, ja, und setze das mal so. Dann ist natürlich denkbar, wenn die beiden nicht isomorph sind insbesondere, dass ich hier, je nachdem welches Wort ich gewählt habe, unterschiedliche Ergebnisse erhalte. Und dass das dann gar keine Funktion ist, die ich hier definiere, sondern eine inkonsistente Definition ist, die nicht wohl definiert ist. Okay, das heißt, erste Frage, ist diese Abbildung überhaupt wohl definiert? Und das können wir versuchen zu klären, indem wir uns überlegen, was passiert denn, wenn zwei verschiedene Wörter zu q hinführen? Habe ich trotzdem die Garantie, dass das Bild von q, was ich für dieses f hier definiert habe, dann eindeutig ist und klar definiert ist. Okay, woher, wie finden wir das heraus? Naja, zunächst einmal wissen wir, das hatte ich schon erwähnt, dass es immer überhaupt irgendein Wort gibt. Also die Zustände sind erreichbar, ich kann irgendwie dahin gelangen. Das heißt, irgendein passendes Wort werde ich immer finden. Und das zweite ist, die Wahl des Wortes ist unerheblich. Dazu nehme ich einfach an, ich habe zwei Wörter, die zum Zustand führen. Das eine nenne ich mal w, das andere w'. Und ich sage also, vom Startzustand, den ich qr genannt hatte, komme ich über w zu diesem Zustand q. Ich komme aber auch vom Startzustand über w' zum Zustand q. Das heißt aber, dass die beiden Zustände, die beiden Wörter, pardon, in dieser Präfix-Äquivalenz über Automaten-Äquivalenz sind. Das ist genau die Definition von Äquivalenz von Wörtern über einen bestimmten Automaten. Hatten wir gesagt, hier sollte vielleicht mr stehen, wenn man ganz genau ist, ja. Das korrigiere ich mal noch in den hochgeladenen Folien. Also über dieser Äquivalenz sind die beiden Wörter äquivalent, weil man mit ihnen in den gleichen Zustand kommt. Das war die einfache Definition. Wir wissen aber auch, wenn zwei Wörter Präfix-Äquivalenz sind in irgendeinem Automaten, dann sind sie immer auch nerode-konkruent. Das hatten wir vorher schon gezeigt, vor zwei Videos hatte ich das Ihnen erklärt. Das heißt, die beiden Wörter sind konkurrent, aber wenn sie konkurrent sind, dann haben sie die gleiche Konkurrenzklasse. Und das heißt, diese beiden Ausdrücke beschreiben die gleiche Menge und das heißt, wir haben immer das gleiche Ergebnis für f von q, egal ob wir jetzt w oder w' oder sonst irgendetwas gewählt haben, was uns zu q hinführt. Okay, f ist wohl definiert. Erste Hürde genommen. Was fehlt? Als nächstes müssen wir zeigen, dass f wirklich ein Isomorphismus ist. Und dazu gehen wir einfach die drei wesentlichen Eigenschaften des Isomorphismus durch und zeigen, dass also diese Funktion kompatibel ist mit allen Aspekten, die einen Automaten so ausmachen. Erste Anforderung. Die Startzustände müssen wieder auf Startzustände abgebildet werden. In dem Fall fqr sollte gleich q0 sein. q0 war der Startzustand von ml. Und gut, das können wir jetzt einfach ausrechnen. fqr ist ein Zustand. Wie kommen wir da hin? Naja, wie kommt man zum Startzustand? Welches Wort kann man da nehmen? Natürlich das leere Wort Epsilon. Und das heißt, die Funktion hier gibt uns zurück die Konkurrenzklasse des leeren Wortes Epsilon. Aber das ist ja genau der Startzustand dieses MyHillneyRoad Automaten. Ja, also Epsilon ist ein möglicher Vertreter, den wir wählen können. Wir wissen, es könnte noch andere geben, aber was wir gerade gezeigt haben, ist ja, es macht keinen Unterschied. Wenn es noch andere gibt, dann ist das Ergebnis ohnehin das gleiche. Und das heißt, wir dürfen gerne Epsilon hier nehmen und Epsilon ist eben gerade dieser Startzustand q0. Okay, Startzustand geht nach Startzustand, wunderbar. Nächste Behauptung, Verträglichkeit mit den Übergangsrelationen. Mit anderen Worten, das Bild des A-Nachfolgers von q ist gleich der A-Nachfolger des Bildes von q. Das wollen wir zeigen. Rechte, linke Seite gleich rechte Seite. Und auch hier können wir eigentlich das relativ einfach ausrechnen. Wir schauen einfach an, was genau sind diese Seiten und argumentieren dann, dass sie gleich sein müssen. Zunächst einmal, um zu wissen, was genau diese Abbildung tut, benötigen wir ein Wort, das uns zum Zustand q bringt. Ja, also zum Beispiel hier f von q können wir nur ermitteln, wenn wir wissen, wie wir nach q gekommen sind vom Startzustand aus. Und auch hier sehe ich einen kleinen Tippfehler, den ich noch korrigieren muss. Natürlich beginnen wir nicht von q0, sondern von qr. Das ist ja der Startzustand in unserem reduzierten Automaten. Und von diesem Startzustand qr aus, ich verdecke das hier mal, damit Sie es gar nicht sehen. Mit w kommen wir zu diesem Zustand q. Also wir nehmen einfach an, dass wir ein solches Wort w gefunden haben. Okay, irgendeines gibt es ja immer. Dann weiß ich, dass der Ort, an den ich gelange, wenn ich vom Startzustand qr w a einlese, auch wieder das gleiche ist, als würde ich vom Zustand q aus a einlesen. Mit w komme ich nach q und dann einen Schritt weiter mit a komme ich eben dorthin, wo ich mit a hinkomme von q. Okay, also die beiden Sachen sind gleich. Und daher weiß ich, dass die Abbildung hier, und das ist das, was auf der linken Seite steht, dieses Folgezustandes von q dargestellt werden kann, als die Konkurrenzklasse des Wortes w a. Weil eben w a ein Wort ist, mit dem ich vom allerersten Startzustand des reduzierten Automaten q r hier bis zu diesem Zustand gelangen kann, der durch diesen Ausdruck hier dargestellt wird. Okay, das heißt, das ist die Konkurrenzklasse, um die es hier geht. Das ist die linke Seite. Und jetzt müssen wir überlegen, was ist die rechte Seite und hoffentlich erkennen, dass es das gleiche ist. Und das ist nicht sehr schwer. Wir wissen ja, wegen dieser Annahme mit w, dass die Abbildung von q zum Michael New Road Automaten dargestellt werden kann durch die Äquivalenzklasse, die den Vertreter w hat. Und wenn wir jetzt noch ein a ranhängen im Michael New Road Automaten, dann gelangen wir also zur Äquivalenzklasse mit dem Vertreter w a. Das ist einfach die Definition der Übergangsrelation im Michael New Road Automaten. Und wir sehen, aha, gleiches Ergebnis auf der linken und auf der rechten Seite, nachdem wir alles ausgerechnet haben. Das heißt, diese Gleichheit geht. Okay, gut. Noch etwas geschafft. Dritter Punkt. Die Endzustände müssen kompatibel sein. Die Bilder der Endzustände aus dem Automaten MR müssen genau die Endzustände des Automaten MR sein. Okay, und dafür lasse ich Sie mal rechnen. Das bleibt als Übung. Ja, also überlegen Sie mal, wie das geht. Das Schema ist so ähnlich wie im zweiten Fall natürlich. Sie wenden diese Dinge der Reihe nach an. Hoffentlich, wenn Sie die Definitionen verstanden haben, dann werden Sie sehen, wie das funktioniert. Das ist eine gute Übung auch, um die Definitionen ein bisschen zu benutzen. Das ist eigentlich der Hauptpunkt hier. Und dann können Sie das hoffentlich zeigen. Sollte nicht länger sein als das, was ich schon aufgeschrieben habe. Okay, und damit haben wir jetzt die drei Eigenschaften des Isomorphismus festgestellt und die Behauptung gezeigt. Ja, damit ist der Satz bewiesen, QED. Hier ist er nochmal der Satz. Für reguläre Sprachen und Automaten, die Sie erkennen, gilt, dass der reduzierte Automat genau Isomorph ist zu dem MyHillNerode Minimalautomat, den ich direkt aus der Sprache konstruieren könnte. Okay, super. Damit haben wir jetzt eine ganze Menge an Dingen gezeigt. Und eigentlich könnten wir mal Konfetti anschalten. Das ist, denke ich, hier ganz angebracht nach diesen vielen Videos und diesen vielen Konstruktionen, die wir gebraucht haben, um das zu zeigen. Und das ist ja auch nichts ganz offensichtliches. Ja, wenn jemand sagt, das ist der kleinste aller denkbaren Automaten und Sie überlegen sich, wie viele Automaten es gibt und wie kompliziert sie vielleicht aussehen könnten, dann ist überhaupt nicht klar, wie man so etwas zeigen könnte. Und jetzt haben Sie gesehen, wie man das erreicht. Also das ist schon irgendwie eine tolle Sache. Okay, wir können jetzt zusammenfassen, was wir gelernt haben. Hier steht es nochmal alles. Die obere Box sind die Eigenschaften, die ich hier stetig ergänzt habe. Die ersten vier davon kennen Sie schon. Mit denen hatte ich ja angefangen, dieses Video. Jetzt wissen wir zusätzlich noch, ML ist Isomorph zu jedem reduzierten Automaten für L. Ja, das ist auch eine Konsequenz aus dem, was wir gerade gezeigt haben. Wir haben ja nichts weiter über diesen DFA angenommen, außer dass die Sprache mit L übereinstimmt. Und das heißt, für jeden Automaten werden wir eine Reduktion erhalten, die genau aussieht wie ML. Nur mit anderen bezeichnen. Daraus folgt insbesondere auch, dass alle minimalen DFA mit totaler Übergangsfunktion, die LM erkennen, bis auf Umbenennung von Zuständen gleich sind. Das heißt, die Reduktion hängt nur von LM ab, nicht von M. Das hatte ich schon mal gesagt. Und jetzt sehen wir auch, warum das gilt. Sehen wir das wirklich schon? Insbesondere wichtig hier nochmal ist vielleicht sich zu überlegen, dass minimal hier wirklich heißt, mit einer minimalen Anzahl von Zuständen. Also ein Automat, der eine minimale Anzahl von Zuständen hat, der erfüllt schon automatisch die Eigenschaften, die hier gefordert sind, um diese Behauptung zu erhalten. Der Grund ist einfach der, wenn der Automat schon eine minimale Anzahl von Zuständen hat, dann kann die Reduktion nichts mehr an ihm verändern. Die Reduktion löscht ja nur unerreichbare Zustände und verschmilzt äquivalente Zustände. Aber wenn der Automat schon die kleinstmögliche Anzahl an Zuständen besitzt, dann wird beides nicht passieren. Das heißt, es wird nichts verschmolzen, es wird nichts gelöscht. Und das heißt, der Automat bleibt einfach unverändert. Und das bedeutet, er muss seinem eigenen reduzierten Automaten gleichen. Und der reduzierte Automat ist aber eben isomorph zu ML. Und das heißt, alle Zustandsanzahl minimalen DFA sind bereits isomorph zu ML. Also wir finden insbesondere auch keine anderen kleinen Automaten, die vielleicht nicht durch Reduktion konstruiert werden können und die dann nicht isomorph werden oder so. Okay, also das ist schon insgesamt sehr elegant und sehr befriedigend, wenn man die Dinge in dieser Weise zusammenfallen sieht und alles zu den gleichen optimalen Ergebnissen führt. Okay, ja, den Titel hatten Sie schon gesehen. Was ich eigentlich wollte, ist in meinen Folien weitergehen. Ich habe noch ein paar Dinge zu erzählen zum Abschluss. Zum einen können wir mit dieser Maschinerie, die wir jetzt hier aufgebaut haben, einige praktische Dinge tun. Zum Beispiel kann man damit auch Automaten vergleichen. Da wir ja wissen, dass reduzierte Automaten isomorph sind, wenn sie dieselbe Sprache akzeptieren, können wir jetzt also die Frage stellen, gegeben zwei Automaten, akzeptieren sie dieselbe Sprache oder nicht? Das ist keine so leichte Frage, wenn Sie die zuvor gestellt bekommen hätten. Woran hätte man das erkennen können? Ja, also es gibt ja viele Wörter und ich könnte jetzt für jedes Wort testen, ob es in dem ersten Automaten genau dann akzeptiert wird, wenn der zweite es akzeptiert. Aber das ist eine relativ komplizierte Sache, denn es gibt ja unendlich viele Wörter. Ich kann die nicht alle durchprobieren. Aber mit dieser Reduktion, die wir jetzt haben, können wir Äquivalenz direkt testen. Eingabe, zwei endliche Automaten M1, M2. Ausgabe, die Antwort auf die Frage, ob die Sprachen der beiden gleich sind. Erster Schritt, wir transformieren sie, falls nötig, in DFAs mit totaler Übergangsfunktion. Das können sogar NFAs sein, die können wir auch in DFAs mit totaler Übergangsfunktion umwandeln. Sie wissen wie. Dann reduzieren wir sie. Und dann prüfen wir, ob die reduzierten Automaten isomorph sind. Da gebe ich jetzt keinen sehr schlauen Algorithmus an, um das zu tun. Wir wollen nur feststellen an dieser Stelle, dass man das irgendwie implementieren könnte. Im schlimmsten Fall ganz naiv, indem Sie einfach alle Bjektionen durchprobieren und schauen, ob eine davon diese Eigenschaften erfüllt. Das geht natürlich viel, viel schlauer als das. Aber es reicht wirklich hier zu sagen, es ist möglich. Wir wollen hier nicht Effizienz oder Komplexität besprechen. Und damit können Sie entscheiden, ob also die beiden Sprachen gleich waren. Weil dann müssen Sie die gleichen Automaten erzeugen, bis auf Umbenennung. Auf die gleiche Art könnte man natürlich auch reguläre Ausdrücke oder reguläre Grammatiken miteinander vergleichen. Sie wandeln die einfach in Automaten um und dann führen Sie diesen Algorithmus aus. Das ist nicht immer die beste Variante, das zu lösen. Da gibt es zum Teil effizientere Verfahren. Aber es zeigt uns zumindest, was alles möglich ist mit regulären Sprachen. Eine zweite Sache, die ich noch diskutieren will, ist, welche Rolle eigentlich totale Übergänge in dieser ganzen Sache spielen. Wir hatten ja fast überall totale Übergänge hier angenommen und es ist aber leicht zu sehen, dass es eigentlich keine besondere Wichtigkeit hat, dieses Thema. Also man kann auch ohne totale Übergänge fast alles tun, was ich hier gemacht habe mit leichten Abwandlungen. Und in manchen Lehrbüchern oder in anderen Vorlesungstexten, die Sie vielleicht benutzen, sehen Sie das auch mit leicht anderen Definitionen. Zunächst einmal wissen wir, totale Übergänge zu sicherzustellen ist sehr einfach. Man muss nur einen einzigen Zustand hinzufügen, da passiert also überhaupt nicht viel. Dieser Fangzustand, wie wir ihn genannt haben, hat auch seine eigene Neerode-Konkurrenzklasse. Der entspricht immer einer ganz bestimmten Klasse von Wörtern, nämlich der Klasse aller Wörter, die kein Präfix irgendeines Wortes in L sind. Also mit anderen Worten, welcher ich im Fangzustand bin, dann kann ich nicht mehr akzeptieren, egal was noch folgt. Und das passiert genau mit den Wörtern, die kein Präfix eines akzeptierten Wortes sind. Nicht jede Sprache hat solche Wörter. Ja, es gibt Sprachen, in denen man immer noch irgendwie die Kurve kriegen kann und wieder ein akzeptiertes Wort findet, wenn man nur die richtige Fortsetzung hat. Also zum Beispiel könnte ich die reguläre Sprache angeben, bei der auf jedes A irgendwo noch ein B folgt. Selbst wenn ich mal ein A gesehen habe und bisher nichts weiter, ist immer noch Hoffnung klar, dass irgendwo ein B kommt. Und das heißt, es gibt keinen Fangzustand in diesem Automaten, wenn er minimal ist zumindest. Das heißt, auch im minimalen Automaten mit diesem, der total ist in unserer Konstruktion, gibt es maximal einen solchen Fangzustand, manchmal auch gar keinen. Und es ist immer leicht, ihn wegzulassen, ohne dass man dabei etwas ändert. Kleine Ausnahme, wenn die Sprache leer ist, dann ist der Fangzustand überhaupt der einzige Zustand. Den kann man dann nicht weglassen, denn irgendeinen Zustand braucht der Automat. Aber in allen anderen Fällen ist das möglich, den einfach zu löschen. Dann hat man einen Automaten, der noch um 1 kleiner ist, aber es ändert sich nicht substanziell was an der Effizienz der ganzen Sache. Man kann auch mit Automaten arbeiten, das ist der letzte Punkt hier, die keine totale Übergangsfunktion haben und die direkt reduzieren. Das ist auch nicht schwierig. Man tut einfach an allen Stellen so, als wäre da ein Fangzustand, wenn die Definition der Übergangsfunktion undefiniert ist. Also wenn sie partiell wäre an einer Stelle, dann setzt man für dieses Partielle einfach im Kopf Fangzustand als Wert ein. Und das funktioniert alles genauso. Also das ist auch ganz leicht on the fly zu tun, wenn man das möchte. Okay, das ist also keine besonders schwierige Sache. Was ich Ihnen am Anfang verbrochen hatte, ist aber, dass die Situation nicht so rosig aussieht, wenn wir nicht Determinismus zulassen. Und das ist tatsächlich ganz interessant. Denn Sie wissen ja, wir hatten schon mal in einem vorherigen Video uns angeschaut, wie man nicht-deterministische Automaten deterministisch macht und dabei festgestellt, dass das unter Umständen ziemlich groß wird. Das heißt, die deterministischen Automaten scheinen in manchen Fällen viel mehr Plattzustände zu benötigen als die entsprechenden nicht-deterministischen. Insofern ist es natürlich eine natürliche Frage, aber wenn ich wirklich den kleinstmöglichen Automaten suche für eine gegebene Sprache, sollte ich dann nicht lieber den kleinstmöglichen nicht-deterministischen suchen, anstatt den kleinstmöglichen deterministischen? Und das könnte man jetzt sicherlich bejahen. Das Problem ist, bei nicht-deterministischen Automaten ist das alles nicht so leicht. Es gibt nämlich für nicht-deterministische Automaten keine entsprechende Vorgehensweise. Und da sehen wir auch ein bisschen, wie schön die Welt bei DFAs ist und dass das eben nicht natürlich ist, dass es nicht unbedingt automatisch so ist, dass immer alles so schön ist. Denn schon bei so etwas Einfachem wie einem NFA finde ich keine entsprechende Möglichkeit. Es ist da nicht so elegant. Und der Grund dafür ist einfach, dass es bei NFAs keine eindeutigen minimalen Automaten gibt. Also es ist nicht nur, dass ich die nicht finden kann, sondern man kann tatsächlich zeigen, dass es die nicht gibt. Und hier habe ich sogar ein Beispiel. Auf dieser Folie sehen Sie sich mal diese beiden Automaten an. Die erkennen beide die gleiche Sprache. Nämlich, wie Sie hier sehen können, Wörter über 0,1, deren letztes Zeichen eine 1 ist. Ja, Startzustand, ich kann beliebige Nullen und Einsen einlesen und dann am Ende muss die 1 stehen, dann kann ich abschließen. Nicht-deterministisch, die 1 stellt mich immer vor die Frage, will ich zum Schluss oder will ich in A bleiben. Zweiter Automat, der ist deterministisch, also auch nicht-deterministisch als ein Sonderfall, akzeptiert die gleiche Sprache. Immer wenn ich Nullen lese, bleibe ich am Anfang. Wenn ich eine 1 lese, gehe ich zum Endzustand. Das heißt, hier darf ich abschließen und das darf ich auch weiterhin, wenn ich noch mehr Einsen sehe. Wenn ich allerdings wieder eine 0 sehe, muss ich zurück zu A und muss warten, ob wieder eine 1 kommt. Sonst ist das Wort nicht akzeptiert. Beide dieser Automaten akzeptieren dieselbe Sprache und sie haben beide die gleiche minimale Anzahl von Zuständen. Warum ist die minimal? Naja, weniger würde heißen, es müsste mit einem Zustand gehen und das kann man sich leicht überlegen, dass das nicht möglich ist. Also zwei Zustände brauchen wir schon. Aber sie sind sicherlich nicht isomorph, die sind nicht gleich bis auf Umbenennung irgendwelcher Zustände, sondern die haben ganz andere Pfeilstrukturen hier. Und das heißt, hier gibt es einfach mal keine bestmögliche Lösung für dieses Problem. Heißt das jetzt, NFRs kann man nicht minimieren und das Ganze ist vergeblich? Naja, ganz so pessimistisch sollte man nicht sein. Es gibt natürlich immer Wege, etwas zu erreichen, etwas zu verbessern. Das ist einfach nur algorithmisch deutlich aufwendiger und wir werden es hier nicht im Detail besprechen. Man erhält auch kein eindeutiges Ergebnis, aber es ist durchaus praktikabel, das zu machen, wenn man es implementieren möchte. Gut, das also zu den minimalen NFRs und zum Thema Größenvergleich von NFRs und DFRs können wir jetzt zum Schluss noch einen Nachtrag einschieben, den ich zur vierten Vorlesung zu machen hatte, also ein Video, was wir schon vor einiger Zeit angesehen haben. Da hatte ich nämlich über eine Sprache gesprochen, die so gestaltet ist, dass der NFR, so habe ich behauptet, immer deutlich kleiner sein kann als der DFA. Und zwar war das die Sprache der Wörter, in denen die 1 an n letzter Stelle vorkommt. Also es darf beliebiges davor und danach stehen, aber an n letzter Stelle muss eine 1 sein. Und wir haben gesehen, dass man das mit kleinen DFRs akzeptieren kann, die haben n plus 1 Zustände. Dagegen haben die Potenzmengenautomaten, die wir dafür erhalten, immer 2 hoch n Zustände gehabt. Und es stellt sich heraus, dass das nicht unterboten werden kann. Das ist die bestmögliche Lösung, wenn man das mit DFRs macht und das können wir jetzt beweisen. Im ersten Fall, als ich das zunächst gezeigt habe, konnten wir nur feststellen, jetzt fällt uns jetzt erstmal nichts Besseres ein, aber es könnte ja sein, es gibt noch einen anderen DFR. Aber jetzt mit den Werkzeugen, die wir haben, können wir sehen, dass es wirklich die beste Lösung ist. Nämlich indem wir einfach mal anschauen, wie groß dieser MyHillneyRoad Minimalautomat wäre. Und dazu muss man nur die Konkurrenzklassen sich überlegen. Und es stellt sich heraus, es gibt sehr viele Konkurrenzklassen, eben auch 2 hoch n viele. Wie sehen die aus? Die werden immer die Form haben, dass sie die Konkurrenzklassen sind für ein Wort W, welches eine Zeichenkette aus n, Nullen und Einsen ist. Also wenn ich an n letzter Stelle die 1 suche, dann muss ich Wörter der Länge n betrachten und die sind die Vertreter meiner Konkurrenzklassen. Und es ist leicht zu sehen, dass alle diese Klassen unterschiedliches Verhalten haben bezüglich der noch akzeptierten Suffixe, die danach folgen dürfen. Kann man sich zum Beispiel überlegen für n gleich 3, also die 1 an drittletzter Stelle. Schauen wir uns mal die Klasse an, 0, 1, 1. Was darf da noch kommen, damit wir akzeptieren? Ja, also zum Beispiel könnte noch eine 0 kommen. Das schiebt dann diese mittlere 1 an die drittletzte Stelle. Das würde akzeptiert werden. Oder 2, 0, dann könnte man auch diese dritte 1 an die drittletzte Stelle schieben, würde auch akzeptiert werden. Das leere Wort wird dagegen nicht akzeptiert, denn es ist hier keine 1 an drittletzter Stelle. Das heißt also, diese Kombination hätte man. Wörter der Länge 0 gehen nicht. Wörter der Länge 1 und 2 sind möglich. Bei dem Vertreter 1, 0, 1 haben wir dagegen eine andere Situation. Da sind Wörter der Länge 0 möglich, weil da schon eine 1 steht an drittletzter Stelle. Wörter der Länge 1 gehen nicht, Wörter der Länge 2 gehen wieder. Und da sehen Sie leicht, für jede Kombination aus Bits, die ich hier setzen kann, habe ich eine andere Kombination aus Wörtern, die man hier noch nachschieben könnte, um eben eine Akzeptanz oder nicht Akzeptanz zu erreichen. Und ich habe zumindest diese 2 hoch N Konkurrenzklassen. Unter dem wird es definitiv nicht gehen, weil für jede dieser Bitvektoren ein anderes Muster an möglichen Suffixen entsteht. Damit haben wir also wirklich gezeigt, dass das in dem Fall die bestmögliche DFA-Lösung ist. Und wir sehen, dass auch der minimale DFA, so schön er uns in der Theorie vorkommt, nicht immer nahe einer kleinstmöglichen Darstellung ist. Zumindest dann, wenn man nicht Determinismus erlauben möchte. Und insofern, ja, minimal heißt nicht unbedingt klein. Okay, damit endet dieses Video und ein ganzer Block von Videos zum Thema minimale Automaten. Wir haben gesehen, wie man reduziert in der konkreten Anwendung, wie man im Beispiel zu einem reduzierten Automaten kommt. Wir haben den Satz von MyHill und Neerode kennengelernt, der uns einen Bezug zwischen einer abstrakten Relation dieser Neerode Rechtskonkurrenz und der Regularität einer Sprache gegeben hat und ein ganz wichtiges Werkzeug darstellt, um zu zeigen, dass eine Sprache regulär ist oder eben auch nicht regulär ist, wie wir noch sehen werden. Und wir haben festgestellt, dass minimale Automaten zumindest im deterministischen Bereich sehr schön und elegant und eindeutig sind, aber im nicht deterministischen Bereich nicht unbedingt. Als nächstes wollen wir uns tatsächlich anschauen, was wir über nicht reguläre Sprachen sagen können. Gibt es sowas? Also ich habe schon den Hinweis gegeben, MyHill und Neerode bringt uns da vorwärts. Außerdem wollen wir uns noch mal anschauen, welche anderen Rechenaufgaben es vielleicht noch gibt im Zusammenhang mit Sprachen. Bisher hatten wir ja nur die Worterkennung eigentlich als mögliche algorithmische Aufgabe gesehen. Natürlich gibt es noch andere Probleme, die in der Informatik studiert werden und die möchte ich Ihnen zumindest mal nennen. Und dann sind wir schon bereit, zu den kontextfreien Sprachen weiterzugehen und zu sehen, was da so alles gilt. Aber das dauert noch ein paar Videos. Bis dahin und bis bald. Danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank.